ahoi und willkommen zurück heute heißt es sich warm anziehen männer heute geht es ums weibliche fremdgehen das in anbetracht unserer zeiten ich sag nur online dating apps und komplett umgekehrter sozialer normierung der letzten jahrzehnte bei den frauen natürlich wahnsinnig zunimmt ja und sie haben die männer schon lange überflügelt ja gelegenheit macht die wir wissen 50 fache hebel am datingmarkt durchschnittliche frau das ist durchschnittlicher mann also auf online dating bezogen ja es ist so einfach wie noch nie um jetzt langweilig ich order mir eine pizza was machst du heute abend und das ist bis indien durchgeschlagen indien ist eine hochgradig konservative gesellschaft ich habe da mal gelebt vor langer zeit also heute wahrscheinlich libertärer die hälfte lebt ungefähr noch im feudal zeitalter auf dem land und die andere hälfte halt hochmodern so muss man sich das vorstellen aber sehr sehr traditionell konservativ es gab verschiedene fälle bezogen auf unangenehme übergriffe ich muss hier mit der sprache aufpassen bevor du sprichst perse wisse das in sparta jeder auch ein königlicher abgesandter für jedes seiner worte zur rechenschaft gezogen wird sehr starker mh komplex in dem land also ja immer wenn was besonders verboten ist ist der reiz natürlich besonders hoch es hat keine intime revolution stattgefunden wie bei uns also höchstens durch die hintertür halt übers internet insofern hängen die da so ein bisschen zwischen den gezeiten aber sehr sehr konservatives land frauen müssen mit mitgift verheiratet werden jedenfalls eine studie behauptet dass sieben von zehn indischen ehefrauen ihren ehemännern aus langeweile betrügen war das schönes motiv werden außereheliche dating app glieden führt kürzlich eine umfrage mit dem titel warum begehen frauen ehebruch durch und versuchte die gründe zu analysieren warum verheiratete frauen in indien ihre ehemänner betrügen eines der schockiertesten ergebnisse dieser erforschung besagt dass sieben von zehn ehefrauen ihre ehemänner betrügen weil sie sich nicht an der hausarbeit beteiligen hier sind alle weiteren details ja da haben wir den klassiker chore play das habe ich in verschiedensten varianten erklärt ich weiß gar nicht mehr wo überall das ist halt mir passt irgendwas nicht ja dann wird ein bedürfnis eine angst oder eine langeweile sozusagen umgesetzt und was anderes nach außen kommuniziert immer auf die worte ist ja nicht so zu achten es ist weil du den haushalt nicht gemacht hast dann ist natürlich ruf waren der über so eine umfrage ist natürlich logisch dass sie dann sagt es liegt am 50 shades of hausmann was natürlich nicht so ist hat natürlich andere gründe aber ja der ruf muss erhalten werden ist ja klar und im weiblichen bewusstsein wird das halt super konfabuliert und nach außen kommuniziert die schockierenden erkenntnisse die app hat über fünf abonnenten in indien und über fünf millionen benutzer auf der ganzen welt laut statistiken gehen sieben von zehn frauen eine außereheliche affäre ein weil ihre ehe eintönig geworden ist ja wir kommen gleich noch mal zu dem anderen artikel wo das noch ein bisschen tiefer beleuchtet wird wir gehen hier mal kurz durch interessanterweise zeigt diese untersuchung dass es in großstädten wie mumbai delhi und karkutta die meisten frauen gab die den ehemann betrogen weil sie gelangweilt waren oder satt hatten dass ihre ehemänner ihnen nicht bei der hausarbeit helfen so dachte ich gerade kobe im endeffekt großstädte vielleicht noch relevant klar gut da wird es noch einfacher dass die auswahl noch größer ich erwähnte die struktur auf dem land ist halt noch traditionell in den städten schon recht modern da geht es halt nicht anders zu als hier auch da ist die moderne sozusagen am drücker gut die altersgruppe die außereheliche dating app kam 2017 nach indien laut eigenen angaben sind 30 prozent ihrer nutzer verheiratete frauen in der altersgruppe 34 bis 49 die möglichen gründe rund 77 prozent der verheirateten frauen gaben zu ihren partner bedrohung zu haben weil ihre ehe eintönig geworden war und eine außereheliche affäre ihnen dabei half ihrem leben mehr würze zu verleihen ja ich erwähnte mal einem video das nach vier jahren bereits fünf jahren der die ihr zufriedenheit die intime anziehung der frau praktisch auf null fällt weil sie die gene streuen soll also da ist vielleicht die evolutionspsychologie auch im weg wenn es um die monogamie geht wir sind nicht ganz so dafür gebaut wenn nach vier fünf jahren die limmerenz vorbei ist das kind mit dem stamm mitlaufen kann bleibt eigentlich nur noch die soziale normierung die die beziehung am laufen hält damit das kind eben auch eine vernünftige genese kriegt weil das ist halt das wichtige die vaterlosigkeit auch so wichtig die mutter für die ersten drei jahre ist absolut eigentlich allein wichtig das muss man zugeben ist es in der entwicklung danach halt sehr wichtig dass der väterliche rahmen gegeben ist über die auswirkungen von vaterlosigkeit habe ich an so vielen stellen was gesagt hat claus thiele videos gemacht mache ich vielleicht auch noch mal andere statistiken unter den fünf lack nutzer und akzeptieren 20 prozent der männer und 13 prozent der frauen dass sie ihre partner betrogen warum tust du denn sowas außerdem ziehen es rund 48 prozent indische frauen die sich für eine außerirdische affäre entschieden haben vor jemanden über eine dating app kennenzulernen weil die plattform sicherheit und privatsphäre bietet ja viele haben es halt auch akzeptiert vielleicht resignativ vielleicht einfach weil sie sagen gut für die kinder passierte auch häufig früher jahre soll man nicht traditionell konservativ die vergangenheit idealisieren damals war es halt wesentlich schwieriger ja die der technische fortschritt bietet halt diese ideale privatsphäre und sicherheit ja klar der ruf ist sozusagen nicht gefährdet die oberste direktive ausschuss aus dem stamm mehr gerade in indien mit einer sehr traditionell konservativen gesellschaft ist natürlich super aber auch hier und überall anders ist das eigentlich die befreiung der frau sie kann sich frei ausleben ohne dass es irgendjemand mitkriegt chat ist in der stunde da knick knack kein problem niemand guckt mehr drauf selbst wenn die sozialen normen im westen jetzt weicher sind spielt diese ruft direktive bei der frau natürlich immer noch eine große rolle es ist sozusagen so einfach wie noch nie und dann sehen wir halt wie im biopsychosozialen modell erläutert ja wenn die soziale normierung komplett wegfällt kommt die reine biologie durch die evolutionspsychologie deswegen ist die rp so am durchschlagen bis in den mainstream rein weil wir es jetzt einfach offen sehen können was immer ein bisschen verdeckt war und durch die technischen möglichkeiten natürlich noch verstärkt wird was das wiederum für eine auswirkung auf die psyche hat ich ging gerade auf die vaterlosigkeit ein psychopathologien pflanzen sich 40 prozent erfolgreicher fort ja auf so einem markt wahrscheinlich noch viel höher da gab es eine studie in der bibliothek des hasses die ich jetzt nicht raussuchen werde die ich sehr interessant fand ja durch vaterlose haushalte die ergebnisse sind katastrophal wird dieser effekt noch verstärkt heißt auch die psyche dass der dritte faktor im biopsychosozialen modell wird auf dauer mächtig leiden und wahrscheinlich die evolutionären effekte noch weiter verstärken das wäre die sozialpsychologische gemengelage die ich hier ausmache die homosexuellen wie sieht es mit homosexualität aus tony magst du männer siehst du dir gern frauenkleider an die recherche sprach aber die steigenden zahlen homosexueller menschen die zu traditionellen ehen gezwungen wurden und nun ihre gleichgeschlechtlichen partner in der app finden ja das ist die zeitgeist tugendhaftigkeitssignalisierung patriarchy unterdrückung jetzt können sie sich endlich ausleben okay mags geben aber naja ich würde sagen das ist in indien vielleicht ein höherer anteil aber insgesamt wird das nicht das ding sein die umfrage mag einige überzeugende statistiken liefert haben aber gelten diese ergebnisse für die gesamte indische gesellschaft die stichprobengröße dieser studie beträgt nur fünf lax und repräsentiert nur einen bruchteil indischen bevölkerung die über 133 kors beträgt das sind einheiten die ich jetzt nicht zuordnen kann fünf lax millionen und das sind glaube ich 1,3 milliarden oder so 133 kors außerdem basiert die forschung nur auf ihren benutzern aber was ist mit heirateten frauen die keine dating apps verwenden oder kein smartphone haben ja das werden wahrscheinlich die auf dem land sein also wenn man es jetzt auf indien bezieht mit dieser starken zweiteilung in mittelalter und moderne wird es da definitiv unterschiede geben in der gesamtstatistik aber hier von unserer warte her haben wir hier kein mittelalter irgendwo auf dem land für uns sind diese statistiken doch sehr relevant also ich denke hier wird es nicht viel anders aussehen ich hatte glaube ich in einem tik tok ja was übers fremdgehen ich glaube im letzten es ist einfach zu einfach geworden also wirklich schade langfristige beziehungen werden immer immer unrentabler einfach wie gesagt als man entweder zu den tops gehören und sich selbst ein harem schaffen ein rotationssystem oder eben aussteigen aus dem markt oder halt brotgruben aufsachen wird immer wahrscheinlicher ach so käufliche liebe habe ich noch vergessen die ist ja noch erlaubt mal schauen bist du sein mädchen oder was ja ich bin sein mädchen wenn du mir genauso viel bezahlt bin ich auch deins wie lange noch oder eben pronn und so weiter aber das klassische modell was eigentlich so wichtig und prägend war für die letzten zigtausend jahre ist auf dem absteigen erst vier von tausend heiraten noch in den usa ja darauf können wir uns einstellen frauen betrügen häufiger als männer hier ist der grund und hier sind einige interessante gründe die wissenschaft hat herausgefunden dass frauen mehr schwierigkeiten haben als männer wenn es darum geht in beziehungen treu zu bleiben hier erst mal die erste wichtige erkenntnis frauen sind wesentlich untreuer als männer ich sagte bereits gelegenheit macht die über 50 facher hebel am datingmarkt die hypergamie spielt natürlich hier rein die hypergames selektion die kleine klasse an chats oder psychopathischen narzissen wie ich immer gerne überspitzt sagt eine spitze der kompetenz dominanz hierarchie in dem fall vom aussehen werden ermächtigt lustigerweise von den starken unabhängigen frauen der kleine treppenwitz der menschlichen evolutionsgeschichte in der intimität tja you go girl ich bin so verfickt schlau dass selbst die schlausten leute neben mir das gefühl haben zurückgeblieben zu sein selbst wenn ihre ehe gut ist vermissen sie immer noch diesen rausch sich so aufgeregt zu fühlen dass sie weder essen noch schlafen können wenn sie emotional und intim eine so intensive zeit mit einer neuen person haben das ist es was ich weiter verfolgt habe und wozu ich nicht nein sagen konnte das gute gefühl im bauch hier die schmetterlinge die jagt der dopaminrausch frauen ego des tonus loch im inneren sagte ich schon beim konsum genauso wird durch die aufhebung der schamnormierung und der intimen moral natürlich das genauso zur wegwerfer warum sollten sie sich anders wenn es sogar ins gegenteil verkehrt wird wie ich schon sagte ja dann werden sie hier auch ihren fix suchen so klar tun männer auch wenn sie es dann können will ich gar nicht kleinreden aber frauen wie gesagt evolutionär aber auch psychologisch wesentlich schneller gelangweilt das ist erstmal die erkenntnis und heute können sie diese langeweile auch sehr einfach und schnell bekämpfen so beschreibt annika 45 aus melbourne ihre erfahrung mit dem fremdgehen und ist damit noch lange nicht allein laut einer wachsenden zahl von forschungsergebnissen sind viele frauen in langfristigen beziehungen intim abenteuer lustig und haben heimlich liebhaber ja heute so einfach wie noch nie aber man soll sich nicht täuschen früher war die welt auch nicht besser da konnte sie es bloß nicht oder es hat keiner mitgekriegt weil es war der gärtner für alle freunde des traditionell konservativen flügels die in der rp heftig vertreten sind nennen sie mal kuwörte dread cons heute zeigt sich nur was immer da war die ansicht dass vor allem männer betrügen weil ihre partner die lust an bonga verlieren ist überholt die wissenschaft zeigt dass es tatsächlich frauen gibt die mehr mit monogamie zu kämpfen haben weil sie sich im schlafzimmer langweilen frauen sehen sich nach intimer abwechslung und während einige ihren wunsch ersticken werden andere untreu sehr interessant sie kämpft mit der monogamie das ist nicht das ist nicht ihr sollzustand da täuscht man sich auch evolutionspsychologisch auch wieder keinen grund zu idealisieren an der stelle ja monogame beziehungen waren kompromiss der paarungsstrategien da soll man sich nichts vormachen von beiden seiten halt zum wohnen der zivilisation und der kinder vor allen dingen aber ja im solipsismus heißt es ja auch wie auf der titanik frauen und kinder und dann erst männer darf man immer nicht vergessen wenn man schon den ausflug machen auf der titanik wurden die hälfte der frauen gerettet nur ein viertel der kinder und glauben bruchteil der männer ok aber sie versuchen es ja vielleicht an dem punkt sogar sinnvoll zu lösen und die familien zu erhalten und so fremd zu gehen das hört sich paradox an wollte ich noch sagen indem sie es eben heimlich machen die verdeckte ovulation war ja schon immer ein faktor kuckuckskinder geschätzt ein fünftel ein viertel alles kuckuckskinder und das sind nur die versuche wo es geklappt hat also da soll man sich nichts vormachen das deckt sich sehr gut mit meiner einschätzung dass frauen für monogamie noch viel weniger gemacht sind als männer und das ist der interessante gedanke daran denken immer männer wir müssen streuen ja wir sind die umtriebigen werden ja auch immer gerne von frauen dazu gemacht der mann ist ja rumtreiber ich würde ja sowas nicht tun auch immer einem moralischen ruf erhaltenen sinne nein 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 wenzel martin ein anthropologe und autor von untreue bezeichnet diese neue forschung als die große korrektur martin hat dutzende von soziologen intimforschern und anthropologen für ihr buch über weibliche untreue interviewt und sagte dass das traurige traurige bild das von der weiblichen libido gekennzeichnet wird grob falsch ist es ist lebendig und munter und begierig darauf zufrieden zu sein ich glaube hier ja hier geht es glaube ich um dieses bild dass die frau ja nur empfangend ist auch wenn es stimmt natürlich ihre lust kann durch deine gesteuert werden wir aus practical female psychology wissen aber dass sie sonst praktisch libido los ist kann sie auch sein weil es sehr stark von ihren gefühlen abhängt dass sie zehn jahre gar keinen ran lässt und auch damit gar kein problem hat das gibt es auch aber auch wie der mann hat sie eine grund libido und gerade in unseren hyper intimisierten zeiten ja wo überall natürlich das thema präsent ist auch sie mal sich ein filmchen anschaut oder zugriff hat auf romane und so weiter eben nicht irgendwo das grädchen hinterm berg ist die heilige die ich euch ja aus den köpfen aus operieren wollen würde weil diese unterteilung der frauen in dirnen und heilige ja der psyche überhaupt nicht gut tut abgesehen von der evolutionen vaterschaftssicherheit aber das war ein anderes thema in practical female psychology mh komplex die neue forschung korrigiert falsche vorstellungen dass frauen eine geringere libido haben dass frauen von natur aus monogam sind und dass es für frauen einfacher ist eine partnerschaft fürs leben einzugehen frauen mögen intimität nicht weniger als männer aber sie werden von intima gleichförmigkeit gelangweilt und da ist der interessante punkt ja ein mann mit seiner vasopressiven bindung wenn er sich rational auf eine frau einlässt weil es für uns eben ein körperlicher vorgang ist das ist ein ganz wesentlicher unterschied ist ein körperliches grundbedürfnis wie andere grundbedürfnisse können wir auch wenn es langweilig ist ja irgendwie mit einer frau zusammenbleiben und wenigstens unser grundbedürfnis stehlen da ihr intimes bedürfnis eben stark mit ihrer psyche verbunden ist ist es da wir wahrscheinlich wesentlich schwieriger monogam mit einem partner noch lust zu empfinden ich erwähnte vorhin schon die studie dass nach vier fünf jahren sowieso der ofen aus ist vielleicht liegt das dann auch daran während männer ein höheres maß an spontanem verlangen haben können übernehmen frauen die führung und für reagierendes oder ausgelöstes verlangen ja das sagte ich gerade körperliches bedürfnis sie ist reaktiv auf das was sie sieht auf das was sie anturnt und das ist wir wissen aus dem datensatz irgendwann 1,8 prozent am ende gematcht wenn sie das sieht hat sie durchaus dieselben anlagen wie man nur passiv ist sie auch nicht und wenn dir sozusagen einer immer die möglichkeit vor die nase hält ja da muss ich die frauen jetzt auch mal an schutz nehmen wenn du jetzt die seiten wechseln würdest hier auf tinder zero matches und du hättest jetzt auf einmal 100 300 matches in drei tagen und jetzt praktisch diese ganzen möglichkeiten ja okay der vergleich hinkt männliche intimität und wahrnehmung anders als weibliche klar aber es ist klar was gemeint ist es wäre doppelt moralisch zu sagen ich würde das natürlich nicht nutzen wenn er würden das brutal ausnutzen tun ja die top prozente auch insofern ist man da auch ein bisschen durch die technischen möglichkeiten halt in einer situation die ebenso ist wie sie ist spontanes verlangen ist wenn du plötzlich denkst es wäre schön intimität zu haben es überkommt dich wie hunger oder durst sagt martin reagierendes oder ausgelöstes verlangen tritt auf wenn ihn etwas intimität suggeriert sie sehen oder lesen etwas oder ein partner initiiert eine intime begegnung und sie werden erregt für diese art von verlangen ist die liebe der frau genauso stark wie die der männer wir haben diese vorstellung veränderlich dass männer das geilere geschlecht sind und das stimmt nicht genau ja also die reine grundlust sagte ich mal wenn wenn sie entfettelt ist wenn wir ihr alle emotionen stimmen wenn die intimitätsgöttin rauskommt dann hat die so viel verzehrende lust dass die kirche ja immer schon angst hatte und die frau und andere religionen auch und die frau normieren wollte weil sie angst hatten vor der entfesselten intimität der frau nicht umsonst also wenn sie sozusagen auf geil geschaltet ist kann sie ja sonst wie viele männer vernaschen sie braucht halt bloß von außen immer noch ein bisschen blatt im wind natürlich so den schubs aber wie gesagt mit instagram auf dem handy kann sich immer mal einen heißen typen angucken und dann geht es bei ihr genauso ab also insofern müsste man bei den moslems überlegen ob man nicht auch die männer verhüllt oder das handy verhüllt ihr müsstet eigentlich ein kopftuch fürs handy machen aber da sind einige dinge drin die ich mir auch schon so lange gedacht habe und die natürlich auch anders sind als man geglaubt hat die gründe warum frauen betrügen martin sagt dass der mythos dass frauen aus emotionalen gründen betrügen werden männer aus intimen gründen betrügen ebenfalls umgeworfen wird ja und das ist das interessante da gibt es ja eine gute studie die genau das besagt ist auch ein argument das ich häufig verwendet habe beim unterschiedlichen bewerten von fremdgehen hier sind wir mal gespannt sie zitiert forschungsergebnisse der missouri state university über eine gruppe von frauen die die website von ashley madison speziell zum betrügen benutzen ja dies bekannt diese forschung sprengt einige unserer am meisten gegen vorstellungen über weibliche untreu dass frauen nur betrügen wenn sie in der ehe ungewöhnlich sind dass im gegensatz zu männern eine emotionale verbindung suchen keine intime befriedigung und dass frauen einfach in affären stolpern es ist einfach passiert ja natürlich ich weiß es ist einfach passiert es könnte jeden passieren es war ein unfall richtig du bist ausgerutscht auf den boden gefallen und dabei landete zufällig ein schwanz in meiner frau sie einfach in affären stolpern wäre wieder so ruf geschichte ja sie selektiert schon sehr bewusst das hätte ich auch schon vorher gedacht aber das andere ist beachtlich sie betrügen nicht wenn sie unglücklich sind sie ihnen ist einfach langweilig das ist es du machst als mann alles richtig sie will einfach trotzdem woanders naschen das ist nicht deine schuld sozusagen und sie kann auch ohne emotionale verbindung intimität haben ja da müssen viele jetzt auch umdenken das geht durchaus was jetzt mit deiner vaterschaftssicherheit abgeht mit deinem mh komplex wenn du das hörst ja oder deinem zynismus ist wieder eine andere frage aber wenn die forschung stimmt ich müsste die studien auch noch mal nachprüfen durchaus kann da was dran sein gerade die moderne frau die ja sehr sagen wir mal narzisstischer ist kälter ist mehr testosteron hat karriere orientierter ist die kann durchaus auf dem karussell bindungslos intimität haben kann natürlich sein dass sie emotional damage umhandelt keine frage die studien gibt es natürlich auch aber sie können das ja auch super kompart mentalisieren im zauberwald eine frau wird euch niemals ihre echte zahl der partner mitteilen instinktiv weil sie immer noch weiß dass männer eben die vaterschaftssicherheit haben man muss es immer verdoppeln verdreifachen das wissen wir oder sie zählt einfach schlichtweg diese affären zwischen ihren langfristigen beziehungen oder one night stands nicht mit die sind wirklich im zauberwald verschwunden ja auch die als gift müllfässer da immer noch liegen aber sie kann das wunderbar alles erzielen das ist einfach so passiert und das ist hinterher nie passiert klar natürlich also ideale bedingungen das auch so durchzuziehen sehen wir auf dem markt das interessante ist halt dass das eigentlich fast nicht zu verhindern ist wie gesagt kopftuch fürs handy ich sag immer das ist das hauptproblem ich meine okay wenn es nicht das handy ist mit der überauswahl und den ganzen schönen instagram bildern ist es dann vielleicht ja der yogalehrer oder früher war es halt der bergführer was weiß ich es war nie anders in meinen augen deswegen sag ich ja auch immer ich würde einer frau nie so weit trauen wie ich sie werfen kann ja du kannst in beziehungen die beste hypergama option sein und wirst sie irgendwie schon halten können wenn du das alles gebacken kriegst aber eine garantie ist es nicht das war auch nie garantie hier zeigt sich halt wie einfach es heute ist insofern ist der grundsatz wenn sie aus der tür raus ist stell dir einfach vor sie ist mit drei pocs zugange absolut bindend auch in beziehungen sage ich also ohne die frau dabei zu diskreditieren ich kenne einfach diese verdrängungsmechanismen ich habe mich damit beschäftigt das muss nicht immer eine böse absicht zusammenhängen nun ja die untersuchten frauen besuchten die website erstellt ein profil überprüften die kandidaten trafen sie persönlich und hörten sie vor dies war ein sehr beabsichtigter prozess sie wollten partner für intimität finden sie gaben an in geschlechtslosen und orgasmuslosen ehen zu leben und sie wollte einfach das was sie zu hause nicht bekommen konnten aber die meisten waren ansonsten glücklich zusammen oder verheiratet und diese affären waren eine möglichkeit für sie in ihren primären beziehungen zu bleiben es gibt also ein es gibt also den mythos dass frauen die fremdchen unglücklich verheiratet sind nicht muss das wahrscheinlich heißen das wiederum ist sehr interessant deswegen ist es so wichtig intim leistungen zu bringen deswegen ist für männer so wichtig auch hier top zu sein ja das wird immer so ein bisschen vernachlässigt ja ob du jetzt six inches in the pants hast eine der sechsen hast ja gut da kannst du dann vielleicht nicht viel für aber wir denken an 50 shades of grey du musst was bieten können wenn du sie nicht zum kommen bringst auch sogar nicht erst antreten auch bei dem alpha witwentum wird häufig was missverstanden die kann ja dann 20 30 40 50 partner haben oder 100 oder 300 oder was auch immer klar mit der steigenden anzahl korreliert natürlich auch psychologische auffälligkeit ja was jetzt ursächlich ist kann man nicht genau sagen ja aber durch dieses kompartmentalisieren durch dieses zauberweilen erinnert sich sowieso nur an die typen die richtig top waren was ich mal in practical female psychology sagte so wenn die dann erzählt über die vorigen typen und dann ganz verträumte augen kriegt mein handwerker mein fremden legionär oder was auch immer dann weißt du bescheid das ist das eigentliche alpha witwentum wenn du der beste bist in ihrer ganzen ahnenreihe von partnern die immer größer sein wird als du je erfahren wirst darüber müssen wir uns klar sein die frauen fangen schon sehr früh an ich frage dich ob dieses spiel sexueller natur ist wir haben es nur einmal gespielt neben einem unendlichen überfluss der heute auch noch wie gesagt völlig unschamnormiert ausgenutzt wird kommt es letztlich nur darauf an dass du auf jeden fall im topbereich bist einer der beste bist im bett ganz einfach fantasievoll einfallsreich und dann passiert dir sowas vielleicht nicht also da das unterschätzen männer wirklich die dann denken okay ich hab die jetzt sicher und dann mache ich mal hier mal meine 15 minuten und einmal die woche und das läuft nicht ist ja eigentlich eine positive nachricht ja das ist halt für ld männer wenn wir es jetzt so wollen die low drive haben die müssten sich halt eine frau suchen die entsprechend ist das schlimmste glaube ich in einer ehe wäre wenn die libido unterschiedlich liegt und da wird häufig nicht drüber geredet das wird häufig halt scham behaftet immer noch nicht gesagt bin ich der meinung ja sie lächelt dann ruferhalt ja setzt halt die ninja maske auf und sagt ah du du warst toll schatz ist nie gekommen du hast deine zehn minuten geliefert einmal die woche und denkst du bist der held ja sie spiegeln dich ja wenn ja sonst alles stimmt das wäre in dem beispiel genau der punkt nee da sollte man intime kenntnisse haben wie man eine frau anregt ich werfe auch den frauen immer vor dass sie es einfach aufgrund dieser krassen masse verlernt haben wie man die fantasie des mannes anregt wie man ihn erregt ja das ist eine ganz seltene kunst wenn ich auch so eine frau mal treffe bin ich hin und weg sofort weil das ist halt heftig und wenn du als man das gleiche kannst ist das natürlich ein heftiger skill so der dir auch deine irrzufriedenheit länger halten kann bei allen negativen faktoren nicht die trojanische armee hat sie gerade durchgefickt sondern ich will schlägen sie hat diesen ausdruck im gesicht hey scheiße wie ist das passiert eine weitere kritische studie von dr martha mena von der universität auf nevada fand heraus dass die institutionalisierung einer langfristigen partnerschaft das intime verlangen von frauen stärker dämpft als das von männern männer die regelmäßig intimität mit ihren partnern haben sind intim und ihrer beziehung zufriedener aber das ist bei frauen nicht dasselbe sagt sie ja das was ich meinte vorhin für uns ist es einfach ein physischer akt ah ok gut ich fühle mich gut und für sie ist es eine psychologische geschichte deswegen wo ist das größte intimorgan der frau zwischen ihren ohren jetzt wegen intimforscher die möglichkeit dass frauen einfach mehr abwechslung und neuheit in der der intim erfahrung brauchen als männer ja garantiert eine vorstellung die frauen wie gabrielle 28 aus sydney schon länger bekannt ist seit meiner ersten beziehung während des studiums hatte ich viele affären ich liebe intimität und langweile mich schnell aber männer sehen eine affäre als affront gegen ihre männlichkeit gegen ihre vaterschaftssicherheit würde ich sagen sie alle denken dass sie mir ausreichen sollten und wenn ich versuche wege zu besprechen wie ich das interesse am leben erhalten kann behandeln sie mich als wäre ich nicht normal ja da kommt der mh-komplex rein natürlich auch die vaterschaftssicherheit aber ist ja auch dein beziehungsmodell das muss man ja von vornherein klären was was bist du für einer swinger karussell lady alles klar und dann kriegt sie halt die aufgabe in deinem leben die auf sie passt du sollst nicht die frau passend machen für dich das ist ja immer der fehler den männer machen sondern gucken was ist das für eine what you see is what you get und dann kriegt sie die entsprechende rolle okay start nummer fünf aber für eine langfristige beziehung wo sie ja auch zugriff hat auf das was du an den tisch bringst vielleicht deine kompetenz deine kohle sowieso deine überstellung deine psychologische regulation dafür muss sie noch eine gegenleistung bringen das ist ihr dabei nicht so ganz klar sie geht halt von augenhöhe aus von einem tausch auf augenhöhe intimität gegen intimität ja gut das sieht man ja in der pagamie ist das ja nicht so allein schon durch das ansteuern der überstellung kann ich schon verstehen dass die männer dann sagen nee das müssen die frauen auf der anderen seite akzeptieren das ist immer über die jahrhunderte so gewesen dass sie ihre sexualstrategie eben auch beschränkt hat genau wie er seine beschränkt hat wenn es denn zum ausgleich kam und hinterm rücken wurde sowieso genug gemacht was sollte normal sein eine frau die sich zurücklehnt und langweilige intimität nur so hinnimmt das ist die geschichte die frauen verkauft wurde und es ist einfach falsch tja schwierig an der stelle muss ich wirklich sagen könnte geschichte erzählen dazu aus meiner vergangenheit ich war mal in so einem swinger club ja nur mal so zum beobachten das ist jetzt nicht so meins mit exhibitionismus und so aber man ist ja mal neugierig und da habe ich paar gesprochen die lange beziehungen geführt haben und eben einmal im monat dahin gehen und das so aus dem system rauskriegen ist für manche männer undenkbar kann ich verstehen würde ich mir auch nicht vorstellen aber die wirkten recht glücklich und hatten kinder und das hat irgendwie funktioniert ja das müssen dann aber wirklich beide drauf haben aber da hat es auch funktioniert will ich mal sagen um das hier mal zu unterschreiben weil jetzt gleich die aufschreihe höre was die geht auch emotional fremd keine ahnung die bindung ist dann weg und ja wie die neuen studien sagen eben nicht zwangsläufig was sollte normal sein eine frau die sich zurücklehnt was jetzt normal sozial normiert sein sollte momentan ist gar nicht sozial normiert kann ich an sie nur gerichtet sagen du kannst ja gerne machen was du willst aber taten haben konsequenzen wenn es jetzt um die kinder geht machen beide halt ihren beitrag sie bleibt monogam wenn er sage ich mal im bett vielleicht noch genug bringt und die kohle nach hause bringt und die kinder sind am ende gesund psychisch dann ist das das was sie natürlich in der solipsistisch kurzfristigen wahrnehmung nicht sehen wollen das ist die schattenseite die müssen wir natürlich auch rein sachlich ansprechen ohne moralische normierung der mythos dass frauen für monogamie geschaffen sind wird durch die arbeit der biopsychologin meredith chivas von der queen's university in kanada weiter entkräftet chivas und ihr team nun männer und frauen ein prons anzusehen während sie monitore an ihrem körper hatten um ihre körperliche reaktion und ihren blutfluss zu messen was ihre intime erregung zeigte hetero männer wurden hauptsächlich von bildern von hetero intimität und frauen bei intimität mit frauen erregt aber die hetero frauen hatten ein abwechslungsreicheres erregungs menü frauen körper reagieren darauf dass männer intimität mit männern haben frauen intimität mit frauen haben männer und frauen in intimität haben und bilder einer aufgestellten gurke wir glauben 13 als männer von allem erregt werden und die wahrheit ist dass der körper einer frau auf mehr intime razie reagiert das ist auch eine interessante erkenntnis diese studie habe ich zufällig gelesen was sie vergessen haben dabei dass sie das gemessen haben und dabei hat sie aber noch gesagt was sie erregt und da hat sie dann nur gesagt nur diese kuscheligen sachen nur die beta sachen und die harten sachen bin ich nicht aber die die messdiode hat es genau gesehen ja so kleiner einschub dabei das hätten sie ruhig mal dazu schreiben können das stimmt aber durchaus frauen haben eine größere veranlagung zu homosexualität zu gleichgeschlechtlicher liebe das hatte ich mal im praktischen viel mehr psychology kapitel das liegt wohl daran dass individuelle die frühe erfahrung machen dann auch im unterschiedlich geschlechtlichen kontext dann erfolgreicher sind eine these wie auch immer es ist wie es ist und dass sie wesentlich empfänglicher ist sie ist das empfangene geschlecht sie ist auch so viel empfänglich sie spiegelt ja dass sie ihre natur deswegen funktioniert das ja so gut wenn der alpha kommt und sie eben formt sage ich mal und ihr richtung gibt und ihr vorgaben gibt dann spiegelt sie ja vieles davon also das macht auch psychologisch total sinn muss ich jetzt mal zustimmen sich um lust und libido kümmern führt die entfesselte weibliche libido also immer zur untreue das muss nicht sein sagt martin natürlich nicht nicht wenn frauen offen mit ihrem partner über intimität und lust und abwechslung auf abenteuer sprechen können sie sagt dies könne die unvermeidliche lage vermeiden die viele langfristige beziehungen befällt sagte ich gerade beispiel da ist natürlich was dran wenn man all diese faktoren kennt wie findet man eine sinnvolle lösung wenn man mal seinen alpha male oder seinen teils in der konservativen mh komplex mal ausrechnet ist es faktisch einfach mal ein punkt erreicht wo auch die eigene libido nachlässt ich kenne das einmal zumindest erlebt und ich hatte dieses gespräch was können wir machen was kann man ausprobieren wie weit sind wir bereit zu gehen und dieses gespräch finde ich kann ruhig stattfinden das sollte man zumindest führen können ob das jetzt zu dem ergebnis führt dass man jetzt so außerirdische aktivitäten startet ist wieder eine andere frage das muss ja jeder für sich beantworten weil die frage zumindest sollte durchaus erlaubt sein frauen fangen an dienstintimität anzubieten er will es ich wirklich nicht aber ich werde es hinter mich bringen dann geraten frauen in den kreislauf des denkens ich glaube ich mag intimität nicht wirklich es ist eigentlich so dass sie den seix mit dem partner mit dem sie seit vielen jahren zusammen sind nicht mögen das ist es halt lilith ist draußen kann sich austoben du bist das böse du bist der teufel jetzt doch mal wieder die dirne anders zu benennen ja das zeigt sich ja auf dem dating markt das ist durchaus richtig was ist jetzt die lösung dafür tja eine einfache sache die paare tun können ist gemeinsam eine neue aufregende aktivität zu beginnen wie zum beispiel das erlernen des kajakfahrens oder gemeinsames tanzen paar bekommen einen ansturm von neurochemikalien und hormonen ähnlich wie wenn wir weltenliebe erleben so können sie diese gefühle der aufregung bekommen ohne ihre beziehung zu verlassen das sagte ich mal neurologie teil dass irgendwann die intimität bei beiden aber ihr anscheinend wesentlich schneller nachlässt des dopamin was es dafür gibt und dass man das sublimieren muss durch den gemeinsamen erfahrungshorizont durch gemeinsame aktivitäten und so weiter das stimmt stellen sie sich vor wie viel besser beziehungen wären wenn paare verstehen würden dass es nicht am ende bedeuten muss wenn eine frau anfängt sich intim zu langweilen denken sie an ihre ehen und beziehungen die verbessert werden könnten wenn frauen über den wunsch nach intimen abenteuern sprechen und mit dem partner zusammenarbeiten können um lösungen zu finden die sie näher zusammenbringen ja das ist wieder sehr euphemistisch jetzt muss man natürlich am ende auch mal kritisch betrachten sie kann in einer stunde sich den nächsten holen okay sie hat den 50 fachen hebel ja wenn du müsstest ja jetzt erstmal eine finden eine geliebte also wenn es jetzt um online wieder geht ja auch sonst tages frauen wesentlich einfach an intimität zu kommen das hört sich so ein bisschen an wie gib mir noch die moralische legitimierung um fremd zu gehen beta ja okay madame gehen deine polygame beziehung ich bin dann der dazu guckt oder irgendwie einer von fünf oder so das ist eigentlich der wunsch der dahinter steht bei dieser formulierung und das würde ich jetzt persönlich auch nicht machen würde ich mir auch sagen danke insofern muss ich hier mal abgewogenes urteil finden und sagen alles im leben ist verhandlungssache und das sollte man möglichst früh klären bevor man ein kind macht bevor man ehring austausch oder so und das finde ich unter zwei leuten die sich wirklich vertrauen wichtig und da ist halt noch viel schambelastung oder die frau die halt jetzt im negativsten fall natürlich die goldgräberin den ring haben will und dich danach betrügt es ist besser dieses offene gespräch zu führen haben wir eine menschende libido was ist eigentlich deine vorstellung anstatt dass sie dir eh fremd geht weil das kann sie heute mit dem handy super einfach und frauen und ehrlichkeit eh so eine sache die spiegeln ja auch nur das was du sagst so ungefähr wenn du dann sagst ich bin chatcon ja meine frau ist meine frau und wenn nicht und so dann dann spielt sie dir die heilige vorab kein problem und geht dann trotzdem fremd das ist ja das schlimme ja ich mache hier gerade brainstorming wie man die moderne zeit irgendwie einfangen kann vielleicht ist besser sie gehen wieder nach und denken über alles nach denken genau nach ich habe nachgedacht ich habe keine ahnung ich glaube ja auch nicht dass es geht ich bin ja auch nicht der hier noch für langfristige beziehung plädiert ich habe schon ein kind in die welt gesetzt ich weiß schon wie das schiefgehen kann ich habe genug female nature gesehen ich würde ihnen auch ambulant abfertigen weil ich all diese fakten kenne aber für alle die es halt noch gerne machen wollen sage ich redet über sowas überlegt euch gut wisst diese fakten seid die beste version eurer selbst es wird immer mehr ansprüche an den mann angelegt sie muss ja nur bloß existieren und ja sich schminken und duschen und du musst jetzt auch noch intim was an den tisch bringen du musst finanziell was an den tisch bringen hypergamie du musst eine menge an den tisch bringen und muss dann immer noch einsehen dass es eigentlich zum scheitern verurteilt ist von vornherein und dann immer noch eine lösung finden die lösung gibt es natürlich auch umgekehrt also die sekretärin vom chef wo die frau dann das haus hat und seine ehefrau ist und dann weg guckt weil sie weiß okay ich habe die finanzielle sicherheit okay gut dann lass ihn mal machen gab es ja auch umgekehrt heute dreht sich halt das ganze system um jetzt ist die frau am drücker gut wird keine befriedigende lösung geben sage ich gleich also ich bin ja eh der meinung am ende knallt das system zusammen ist hat immer nur auf der unterdrückung der intimität der frau gefußt in allen weltregionen und einer ist der verlierer an der stelle außer man findet eben einen kompromiss der für beide okay ist ja wie auch immer der aussieht das ist sehr individuell bloß wie schon meinte wenn man jetzt glaubt ich bin alpha male und ich drücke hier meine monogamie durch nun ja egal viele interessante gedanken zu dem thema ihr könnt gerne in den kommentaren mir widersprechen ich beschreibe hier nur die realität ich habe es versucht diesmal relativ wertfrei vorzutragen nun damit endet meine arbeit hier euro beginnt jetzt unten in den kommentaren ahoi und bis bald